Spiel der Teufel von Andreas Franz Es liest Stefan Benson Dienstag, 17. April 2007 Sören Henning und Lisa Santos waren seit dem frühen Morgen in ihrem Büro und würden nicht nur heute, sondern auch die folgenden Tage damit zubringen, den Aktenstapel schrumpfen zu lassen. Eine Tätigkeit, die keiner von ihnen gerne erledigte. Erschwerend kam hinzu, dass sie seit gestern Bereitschaft hatten und keiner von beiden in diesen Nächten wirklich schlafen konnte, da ständig damit gerechnet werden musste, dass sie aus dem Bett geklingelt wurden. Aber es war ruhig geblieben. Seit Jahresbeginn war es beim K1 relativ normal zugegangen. Sechs vermissten Fälle, von denen vier schnell geklärt werden konnten. Zwei Personen blieben jedoch weiterhin verschwunden. Eine junge Frau von 24 Jahren, die seit Mitte Januar mit ihrer zwei Jahre alten Tochter wie vom Erdboden verschluckt schien. Entweder war sie untergetaucht oder einem Verbrechen zum Opfer gefallen. Denn man hatte herausgefunden, dass sie in ständiger Angst vor ihrem Ehemann lebte, der sie laut Aussage der Mutter täglich verprügelte und vergewaltigte und auch vor dem Kind nicht Halt machte. Der Ehemann wies diese Vorwürfe jedoch vehement zurück. Er behauptete, sie hätten eine normale Ehe geführt. Seine Frau sei jedoch in letzter Zeit immer depressiver geworden, habe sich aber geweigert, einen Arzt zu konsultieren. Es gab auch einen Abschiedsbrief, der die Beamten allerdings stutzig machte, war er doch maschinengeschrieben und ohne Unterschrift. Und es kam nur äußerst selten vor, dass jemand, der den Freitod wählte, sich auf diese Weise verabschiedete. Wesentlich gravierender für die Polizei war ein scheinbar sinnloses Tötungsdelikt, das jedem Kollegen an die Nieren gegangen war. Am 1. Januar hatte ein Mann aus bisher ungeklärten Beweggründen erst seine Frau und anschließend seine beiden Kinder im Alter von zwei und fünf Jahren mit einer hohen Dosis Ciankali getötet, bevor er seinem Leben auf dieselbe Weise ein Ende setzte. Es fand sich kein einziger Hinweis auf ein Motiv für die schreckliche Tat. Kein Abschiedsbrief. Lediglich eine dahingekritzelte Notiz mit den Worten »Ich halte es nicht mehr aus. Es ist die Hölle. Nichts als die Hölle.« Doch was hielt er nicht mehr aus? Durch welche Hölle war er in seinem Leben gegangen, die ihn schließlich zu dieser Verzweiflungstat getrieben hatte? Er war ein renommierter Hepatologe und erfahrener Chirurg in einer großen Klinik, besaß ein Haus in der besten Lage von Kiel, hatte keinerlei Schulden oder andere finanzielle Probleme. Sein Privatleben schien in Ordnung gewesen zu sein. Es hatte bislang nicht einmal einen Kratzer in der heilen Welt dieser Familie gegeben. Von der Klinikleitung wurde er aufgrund seiner Fähigkeiten als Chirurg geschätzt, von den Nachbarn als freundlich und hilfsbereit geschildert. Was also hatte diesen Mann dazu gebracht, sich und seine Familie zu töten? »Wollen wir heute Abend was unternehmen?«, fragte Henning gegen 14 Uhr, nachdem sie eine Weile schweigend in ihrer Akten vertieft waren. Seit beinahe zwei Jahren waren er und Lisa Santos ein Paar, aber nur inoffiziell. Jeder hatte eine eigene Wohnung, obwohl Henning meistens bei Lisa übernachtete, weil er es in seinem Verschlag, wie er seine kleine Wohnung nannte, nicht aushielt. »Gerne. Und wohin willst du mich ausführen?«, fragte Santos, ohne aufzuschauen. »Lass dich überraschen«, entgegnete Henning nur und wollte noch etwas hinzufügen, als Harms mit einem Mal in der Tür stand. Seine Miene verhieß nichts Gutes. Als er näher trat, sich einen Stuhl heranzog, sich verkehrt herum darauf setzte und die Ellbogen auf die Rückenlehne stützte. Er kaute einen Moment lang auf der Unterlippe und hielt den Blick gesenkt. »Was ist los?«, fragte Henning, der sich zurückgelehnt hatte, in die Stille hinein. »Ich habe ihm eine sehr traurige Nachricht erhalten.« sagte Harms leise und in einem Ton, den Henning und Santos von ihm nicht gewohnt waren. »Gerd ist tot.« Henning starrte seinen Vorgesetzten entgeistert an. »Gerd? Was ist passiert?« »Wie es aussieht, hat er sich das Leben genommen. Mehr weiß ich leider auch nicht. Ein paar Kollegen sind bereits auf dem Weg.« »Wer?« »Ziesel und Hamann.« »Wer hat ihn gefunden und wo?«, fragte Henning mit zusammengekniffenen Augen, die Hände gefaltet, wobei er sie so fest zudrückte, dass die Knöchel weiß hervortraten. Die Anspannung war im ganzen Raum zu spüren. Seine Frau. Aber wie gesagt, nähere Einzelheiten sind mir nicht bekannt. Santos sagte mit leiser, monotoner Stimme, »Er hat erst vor ein paar Wochen seine Tochter verloren.« Er hat zwar immer so getan, als hätte er es verkraftet, aber ich konnte mir das nie vorstellen. So einen Schicksalsschlag steckt man nicht so einfach weg. Er hätte doch aber nie im Leben seine Frau zurückgelassen. Henning sprang auf und tigerte durch das kleine Büro. Seine Kiefer malten aufeinander. Er zog die Stirn entfalten, und sein Blick war düster, als er Harms ansah. »Gerd und Selbstmord, das passt einfach nicht. Ich will hinfahren. Wir kannten uns, seit er hier im Präsidium angefangen hat, und ich kenne auch seine Frau Nina sehr gut.« »Das weiß ich«, sagte Harms verständnisvoll und fast väterlich nickend. »Die Akten können warten.« »Was ist mit dir, Lisa?«, fragte Henning. Sie schlug wortlos die eben angefangene Akte zu und erhob sich, als Hennings Telefon klingelte. »Henning?«, meldete er sich. »Nina hier.« »Gerd ist tot«, schluchzte sie in den Hörer. »Kannst du vorbeikommen? Ich muss mit dir reden.« »Ich hab's eben gehört und wollte schon losfahren. Lisa kommt auch mit. Sind schon Kollegen von uns da?« »Nein. Aber sie müssten jeden Moment da sein. Es sind bis jetzt nur zwei Streifenbeamte hier.« »Wir sind schon unterwegs«, sagte er und legte auf.« Dienstag, 14.35 Uhr. Sie betraten das sehr geschmackvoll und gemütlich eingerichtete Wohnzimmer, wo Nina Wegner mit verweintem Gesicht auf dem Sofa saß. Neben ihr Kurt Ziese, Kommissariatsleiter und Chef von Wegner. Mitten in dem lichtdurchfluteten Zimmer stand eher unschlüssig Werner Hamann, ebenfalls ein direkter, aber noch junger Kollege von Wegner. Kaum 30 Jahre alt, der mit der Situation sichtlich überfordert war. Es war ein Unterschied, ob man es mit einem fremden Toten zu tun hatte oder mit jemandem, den man nicht nur näher kannte, sondern den man zudem noch schätzte. Henning wusste, dass Wegner ein beliebter Kollege war, auch wenn er hin und wieder Alleingänge startete, die ihm aber nicht übel genommen wurden. Nina sah Henning mit vom Weinen geröteten Augen an und sagte mit stockender Stimme, »Sören, warum? 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 Warum?« Henning ging zu ihr und nahm sie in den Arm. Sie schluchzte wieder. Ihr ganzer Körper wurde durchgeschüttelt, als er sie hielt. Nina war eine außergewöhnliche Frau. In Russland geboren, seit etwas über fünf Jahren in Deutschland. Sie war 28 Jahre alt und gehörte zu jener Generation junger Russinnen, die für ihre Schönheit berühmt und auch begehrt waren. Etwa 1,70 groß, blondes und feingelocktes Haar, das bis auf die Schultern fiel, feinporige Haut, markant geschwungene Lippen, strahlend weiße Zähne. Das hervorstechendste aber waren ihre großen, braunen Augen, die einen aparten Kontrast zu ihren Haaren bildeten. Sie war eine Frau, nach der sich die Männer umdrehten. Eine Frau, bei der kaum ein Mann Nein gesagt hätte. Eine Frau, von der viele träumten, für die es aber nur einen Mann gab. Ihren Mann. Als Henning sie hielt, wirkte sie so unendlich traurig und zerbrechlich. Sie zitterte leicht, obwohl es warm in dem Zimmer war. Ziese sah ihn beinahe hilflos an und erhob sich. Frau Wegner, sagte er mit seiner tiefen, sonoren Stimme. Wenn irgendetwas ist, sie können sich jederzeit an mich wenden. Und zu Henning mit einem kaum merklichen Schulterzucken? Wir gehen dann mal. Bleibt ihr noch einen Moment? Gerds Mutter müsste eigentlich bald eintreffen. Lasst Frau Wegner nicht allein. Okay? Keine Sorge, erwiderte Henning leise. Wir kümmern uns um Sie. Wir treffen uns nachher im Präsidium. Wir treffen uns um Sie.